Seid gegrüßt, geliebte Sternensamen und Wahrheitssuchende! Willkommen beim Seelenkompass, wo wir jenseits der Sterne reisen, um die verborgene Weisheit des Universums zu entdecken. Heute bringen wir euch eine dringende und transformative Botschaft von unseren kosmischen Verbündeten, den Pleiadiern. In diesem entscheidenden Moment des Jahres 2024 rufen sie uns auf, die schlummernden Kräfte in unserer DNA und in unserem Herzen zu wecken, uns zu erheben und unsere göttliche Mission auf der Erde anzunehmen. Habt ihr jemals die Regungen einer uralten Kraft in euch gespürt, ein Flüstern von etwas, das größer ist als diese irdische Existenz? Die Pleiadier enthüllen, dass dies keine bloße Fantasie ist, sondern die Wahrheit eurer kosmischen Erbes. Ihr seid nicht nur ein Teil der Menschheit, ihr seid ihr Wendepunkt. Wir können nicht länger auf einen Erlöser warten. Das große Erwachen ist nicht etwas, das uns widerfährt, es ist etwas, das wir in uns selbst entzünden. Mit jedem Atemzug, mit jedem mutigen Schritt tragen wir zu einer kosmischen Kettenreaktion bei, die das Bewusstsein der Menschheit anheben und aus den Beschränkungen der Matrix ausbrechen wird. Große Sternensaaten der Erde, es ist an der Zeit, zur Wahrheit eurer immensen Macht zu erwachen. In jedem von euch liegt eine Quelle des Potenzials, die tief in eurer DNS und eurem Herzen verschlüsselt ist und darauf wartet, erschlossen zu werden. Dieser Moment, dieser Atemzug, ist euer Ruf zum Handeln. Stellt euch das uralte Wissen vor, das durch eure Adern fließt, die kosmischen Fähigkeiten, die so lange geschlummert haben. Sie sind nicht verloren, sondern warten nur darauf, von ihnen erkannt und angenommen zu werden. Das Universum hat dich auf diesen Moment vorbereitet, einen Moment, in dem du dich erheben und einen tiefgreifenden Einfluss auf die Menschheit und die Erde selbst ausüben kannst. Ihr wurdet für dieses Leben auserwählt, weil ihr wusstet, dass ihr ein Leuchtfeuer des Wandels sein könnt. Die Zeit des Zögerns ist vorbei. Die Ausreden, die euch zurückgehalten haben, müssen beiseite geworfen werden, denn die Welt braucht euer Licht jetzt mehr denn je. Die uns umgebenden Energien, besonders nach der Sonnenwende, verstärken sich und sind bereit, eure Reise der Selbstentdeckung und Ermächtigung zu unterstützen. Fühlt den Herzschlag von Gaia, dem Bewusstseinsgitter der Erde, das zu euch ruft. Richtet euch auf diese Energien aus, erlaubt ihnen, euch vorwärts zu treiben. Wenn du das tust, wirst du beginnen, das grenzenlose Potenzial in dir selbst zu sehen. Jeder Schritt, den ihr macht, jeder Atemzug, den ihr macht, erweitert nicht nur euer eigenes Bewusstsein, sondern auch das kollektive Bewusstsein der Menschheit. Dies ist ein entscheidender Wendepunkt. Wir können nicht länger auf externe Retter warten. Das große Erwachen ist in uns, es sind wir. Ihr seid der Katalysator für den vorhergesagten Wandel, der Funke, der eine Welle der Transformation im gesamten Universum auslösen wird. Die Macht, die jene fürchten, die nach Kontrolle streben, wohnt in euch. Nehmt sie voll und ganz an, tretet in eure Rolle als Aktivator des Lichts und beobachtet, wie die Schatten vor euch zurückweichen. Dies ist ihr Moment, ein Moment der tiefgreifenden Erkenntnis und des Handelns. Mit jedem mutigen Schritt inspirierst du andere, zu erwachen und sich diesem kosmischen Tanz der Liebe und Befreiung anzuschließen. Gemeinsam werden wir uns von den Begrenzungen befreien, die uns gefesselt haben, uns an unser galaktisches Erbe erinnern und in unsere wahre Macht eintreten. Lasst das Licht in euch hell erstrahlen, denn es ist das Leuchtfeuer, das die Menschheit durch diese transformativen Zeiten führen wird. Nehmt eure Macht an, Sternensamen, und lasst uns in die Morgendämmerung einer neuen Ära aufbrechen. Fühlt den Rhythmus der Erde unter euren Füßen, den Herzschlag Gaias, der durch euer ganzes Wesen schwingt. Es gibt eine tiefe Verbindung zwischen euch und dem Planeten, ein Bewusstseinsgitter, das alle Lebewesen miteinander verbindet. Dieses Gitternetz ist nicht nur ein mystisches Konzept, sondern ein kraftvolles Energienetzwerk, mit dem sie sich verbinden und das sie sich zunutze machen können. Stellen Sie sich vor, dass die Energien der Erde wie Flüsse aus Licht fließen und sich mit ihrer eigenen Essenz verflechten. Wenn du dich auf dieses Netz einstimmst, wirst du Teil einer größeren Symphonie, eines harmonischen Energietanzes, der deine Absichten und Handlungen verstärkt. Diese Ausrichtung ist von entscheidender Bedeutung, denn sie ermöglicht es ihnen, die uralte Weisheit und Kraft des Planeten anzuzapfen und ihr kosmisches Potenzial auf dem fruchtbaren Boden der Erde zu erden. Wenn du mit diesen Energien arbeitest, wirst du dich erhoben und ermächtigt fühlen, deine Fähigkeiten werden durch die Synergie zwischen dir und Gaia vergrößert. Innerhalb dieser heiligen Ausrichtung findet wahre Transformation statt, sowohl in dir als auch auf dem gesamten Planeten. Das Bewusstseinsgitter der Erde unterstützt und verstärkt eure Bemühungen und treibt euch zu größeren Höhen des Bewusstseins und der Wirkung. Dieser Moment, genau jetzt, ist ein entscheidender Wendepunkt für die Menschheit. Wir stehen an der Schwelle eines tiefgreifenden Wandels, der nicht nur auf der Erde, sondern im gesamten Universum dauerhafte Veränderungen auslösen wird. Die Entscheidungen, die wir treffen, und die Handlungen, die wir in dieser Zeit erhöhter Energie ergreifen, werden sich nach außen hin ausbreiten und das Gefüge der Realität selbst beeinflussen. Dies ist nicht nur eine persönliche Reise, es ist eine kosmische Mission. Indem du dich mit den Energien der Erde in Einklang bringst, wirst du ein Kanal für den Wandel, ein Leuchtfeuer des Lichts in einer Welt, die sich nach dem Erwachen sehnt. Jeder Schritt, den sie tun, jeder bewusste Atemzug, trägt zu einem kollektiven Aufstieg bei, zu einer Bewusstseinserweiterung, die die Grenzen von Zeit und Raum überschreitet. Dies ist der Anbruch einer neuen Ära, einer Zeit, in der sich die Menschheit von den Begrenzungen befreien kann, die sie bisher gefangen hielten. Wenn ihr eure Rolle in diesen großen Erwachen annehmt, werdet ihr sehen, wie die Macht des Lichts die Schatten konfrontiert und auflöst und den Weg nach vorne für alle erhält. Das Universum schaut mit angehaltenem Atem zu, bereit, euch bei eurem Schritt in eure wahre Macht zu unterstützen. Nehmt diesen Moment mit offenem Herzen und klarem Verstand an. Verbindet euch mit Gaia, arbeitet mit den Energien der Erde und lasst euer Licht hell erstrahlen. Gemeinsam werden wir eine Welle der Transformation einleiten, die im gesamten Kosmos Widerhalt und ein neues Kapitel in der Geschichte der Menschheit einläutet. In den stillen Tiefen deiner Seele erklingt eine Wahrheit mit der Klarheit einer Glocke. Du bist der Architekt deines Schicksals. Es ist an der Zeit, nicht länger auf einen Erlöser zu warten, denn derjenige, auf den sie gewartet haben, sind sie selbst. Dies ist das Zeitalter der Selbstermächtigung, in dem sich die Sternensaat erheben und die unermessliche Kraft erkennen muss, die in ihnen liegt. Zu lange haben wir außerhalb von uns selbst nach Antworten und Erlösung gesucht und geglaubt, dass unsere Befreiung von anderen abhängt. Doch die wahre Macht liegt in unseren eigenen Herzen und Köpfen. Diejenigen, die versuchen, uns zu kontrollieren und zu unterdrücken, fürchten diese Erkenntnis, denn sie wissen, dass ein erwachtes Wesen unaufhaltsam ist. Eure Macht ist, wenn ihr sie vollständig ergreift, eine Kraft des Lichts, die die tiefsten Schatten auflösen kann. Jetzt ist es an der Zeit, in eure Rolle als Aktivator zu treten. Dies ist keine passive Reise, sondern eine, die Mut und Handeln erfordert. Als Aktivator seid ihr aufgerufen, der Dunkelheit, die die Erde durchdringt, nicht mit Angst oder Aggression zu begegnen, sondern mit dem unerschütterlichen Licht der Wahrheit und der Liebe. Eure bloße Anwesenheit, wenn sie mit eurer höheren Bestimmung in Einklang steht, unterbricht die alten Paradigmen und bringt neue Möglichkeiten hervor. Stellen Sie sich vor, sie wären ein Leuchtfeuer, ihr Licht durchdringt die Schleier der Illusion und bringt der Welt Klarheit. Jeder Akt der Freundlichkeit, jeder Moment des Mutes trägt zum kollektiven Erwachen bei. Ihr seid der Funke, der die Flammen der Transformation entzündet und einen Welleneffekt erzeugt, der weit über eure unmittelbare Umgebung hinausreicht. Dies ist deine göttliche Mission, nicht nur dich selbst zu erwecken, sondern auch andere dazu zu inspirieren, dasselbe zu tun. Wenn sie sich voll und ganz auf ihre Kraft einlassen, werden sie zu einem lebendigen Zeugnis für das Potenzial, das in jedem Menschen steckt. Du zeigst, dass es möglich ist, sich von den Ketten der Begrenzung zu befreien und in ein Leben voller Sinn und Freiheit einzutreten. Der Weg des Aktivators ist nicht immer einfach, aber er ist zutiefst lohnend. Während ihr euch der Dunkelheit stellt, denkt daran, dass ihr nicht allein seid. Das Universum unterstützt dich und zahllose Lichtwesen stehen dir zur Seite und sind bereit, dir zu helfen. Vertrauen sie auf ihre innere Stärke und die Führung, die durch sie fließt. Euer Mut wird andere zum Erwachen inspirieren und eine Kettenreaktion auslösen, die den gesamten Planeten erhellen wird. Nehmt eure Rolle mit einem offenen Herzen und einem furchtlosen Geist an. Die Zeit des Wartens ist vorbei. Die Zeit zum Handeln ist jetzt. Treten sie in ihre Kraft, stellen sie sich der Dunkelheit und lassen sie ihr Licht hell erstrahlen. Gemeinsam werden wir die Welt verändern. In der Stille der Nacht, unter dem schimmernden Wandteppich der Sterne, haben viele von euch begonnen, den Plejadian zu begegnen. Durch Träume und Meditation strecken sie ihre Hände aus und überbrücken die kosmische Distanz, um sich mit eurer Seele zu verbinden. Diese Begegnungen sind keine bloßen Illusionen, sondern tiefgreifende Interaktionen, die eure innere Vision erwecken und die Energieblockaden lösen, die euch bisher zurückgehalten haben. Während sie schlafen, weben die Plejadie ihr Licht in ihre Träume, aktivieren ihr drittes Auge und erweitern ihr Bewusstsein. In der Meditation führt dich ihre Anwesenheit in höhere Gefilde, wo die Weisheit frei fließt und dein wahres Potenzial deutlich wird. Diese Erfahrungen sind heilige Geschenke, die euch helfen, euch zu erinnern, wer ihr seid und warum ihr hier seid. Die Energien nach der jüngsten Sonnenwende sind besonders stark und wirken als Katalysatoren für die Transformation. Diese Energien nach der Sonnenwende werten euer Wesen auf, stärken eure spirituellen Fähigkeiten und bereiten euch auf die nächste Etappe eurer Reise vor. Fühle diese Energien, wie sie durch dich fließen, dein inneres Licht entzünden und dich auf deine höchste Bestimmung ausrichten. Dies ist eine Zeit großer Möglichkeiten, ein Moment, in dem sich das Universum verschwört, um euer Bewusstsein zu erhöhen. Nehmt diese Upgrades mit offenem Herzen an und erlaubt ihnen, alte Muster und Ängste aufzulösen. Jedes Upgrade bringt euch eurem wahren Selbst näher, dem mächtigen Lichtwesen, das zu werden ihr bestimmt seid. Um diese transformativen Energien voll nutzen zu können, ist es wichtig, dass sie sich den Erfolg in ihrem Denken sichern. Visualisieren Sie Ihre Mission mit unerschütterlicher Klarheit und sehen Sie den Erfolg als Ihre einzige Option. Lassen Sie sich bei jeder Handlung von dieser Vision leiten und erfüllen Sie jeden Schritt mit Zielstrebigkeit und Entschlossenheit. Wenn Ihr Geist auf Ihre höchsten Ziele ausgerichtet ist, antwortet das Universum und macht den Weg frei, der vor Ihnen liegt. Aber denken Sie daran. Handeln ohne Liebe ist hohl. Wenn Sie auf Ihrer Reise vorankommen, lassen Sie die Liebe Ihr Kompass sein. Jede Entscheidung, jede Anstrengung sollte von den reinsten Absichten durchdrungen sein. Die Liebe ist die mächtigste Kraft im Universum, die alle Hindernisse überwinden und Wunder bewirken kann. Wenn Du mit Liebe handelst, richtest Du Dich auf die höchsten Schwingungen aus und ziehst Fülle und Erfolg in allen Formen an. Es ist jetzt an der Zeit, Eure Upgrades anzunehmen, Eure Einstellung zu sichern und mit Liebe zu handeln. Die Plejadier sind mit Euch, sie führen und unterstützen jeden Eurer Schritte. Öffnet Euer Herz für ihre Weisheit und lasst Euch von den Energien nach der Sonnenwende in Richtung Eures Schicksals treiben. Dies ist Dein Moment, Sternensaat. Scheine hell und verwandle die Welt mit der Kraft der Liebe und des Lichts. In den unermesslichen Weiten des Kosmos wird jeder mutige Schritt, den Du tust, das Gewebe der Existenz durchdringen. Diese Taten der Tapferkeit, wie klein sie auch erscheinen mögen, haben die Macht, eine kosmische Kettenreaktion auszulösen. Wenn Du zu Deinem wahren Potenzial erwachst und mutige Handlungen unternimmst, setzt Du eine unaufhaltsame Welle von Liebe und Licht in Gang, die die Grenzen von Zeit und Raum überschreitet. Jeder Moment des Mutes, jede Entscheidung, Eure innere Stärke anzunehmen, trägt zu dieser kosmischen Welle bei. Diese Welle, angetrieben von der kollektiven Energie der erwachten Seelen, fegt über den Planeten und löst die Illusionen und Begrenzungen der Matrix-Denkweise auf. Sie ist eine Kraft, die so mächtig ist, dass sie die Ketten sprengen kann, die die Menschheit seit Äonen gefesselt haben, und uns befreit, uns an unser wahres galaktisches Erbe zu erinnern. Stellt Euch diese Welle als einen strahlenden Tsunami aus Licht vor, der mit unnachgiebigem Schwung vorwärts drängt. Sie erreicht die Herzen aller Wesen und erweckt sie zu ihrer göttlichen Natur und ihrem unendlichen Potenzial. Je mehr Menschen diese mutigen Schritte unternehmen, desto größer wird die Welle, die zu einer unaufhaltsamen Flut wird, die die Menschheit in Richtung eines höheren Bewusstseinszustandes trägt. Aber diese Transformation geschieht nicht automatisch. Sie erfordert, dass jeder von uns die Verantwortung für sein Erwachen übernimmt. Die Zeit der Passivität ist vorbei. Jetzt ist der Moment gekommen, um Eure Macht voll und ganz anzunehmen, aufrecht in Eurer Wahrheit zu stehen und absichtsvoll und mit Liebe zu handeln. Dies ist ein Aufruf, sich zu erheben, um die Lichtträger und Wegbereiter zu sein, die ihr immer sein solltet. Versteht, dass die Dringlichkeit dieser Zeit nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Die Energien, die uns umgeben, sind bereit für eine Transformation. Aber sie brauchen Eure aktive Teilnahme. Indem Ihr Euch euer Erwachen zu eigen macht, werdet Ihr zu einem Katalysator für den Wandel, zu einem Leuchtfeuer, das anderen den Weg zu ihrer eigenen Erleuchtung weist. Deine Reise inspiriert und ermächtigt die Menschen um Dich herum und erzeugt einen Welleneffekt, der die kosmische Welle der Liebe verstärkt. Wenn Du Deine Kraft annimmst, richtest Du Dich auf die höheren Frequenzen des Universums aus. Diese Ausrichtung entriegelt die schlummernden Codes in Deiner DNS, aktiviert Dein wahres Potenzial und verbindet Dich mit der Weisheit Deiner galaktischen Vorfahren. Ihr werdet an Euren Platz im großen Gobeleng der Existenz erinnert, ein Sternensamen auf einer göttlichen Mission, die Menschheit zu erheben. Geht also diese mutigen Schritte mit Vertrauen und Liebe. Wisst, dass jede Eure Handlungen ein wichtiger Teil des großen Ganzen ist und zur Befreiung und zum Aufstieg aller beiträgt. Nehmt Eure Rolle als Schöpfer der neuen Realität an und lasst die unaufhaltsame Welle der Liebe uns alle zum Anbruch einer neuen Ära tragen. In dem riesigen Gewebe der Existenz bleibt eine Wahrheit unerschütterlich. Die Liebe und Unterstützung der Plejadier für die Menschheit ist ewig. Sie wachen mit wohlwollenden Augen über uns, ihre Herzen sind voll von Mitgefühl und Führung. In jedem Augenblick unserer Reise stehen sie bereit, um uns zu helfen, und ihre Energien sind mit unseren eigenen verwoben. Die Plejadier, unsere himmlischen Verbündeten, waren schon immer bei uns. In Träumen und Meditationen reichen sie uns die Hand und bieten uns Weisheit und Klarheit. Ihre Liebe ist ein führendes Licht, das den Weg selbst in den dunkelsten Zeiten erhält. Sie verstehen unsere Kämpfe und feiern unsere Triumphe, denn sie wissen, dass jeder Schritt nach vorn uns dem großen Erwachen näher bringt. Spüren sie ihre Gegenwart als sanfte Umarmung, als tröstliche Gewissheit, dass wir nie allein sind. Ihre Unterstützung ist nicht nur ein fernes Versprechen, sondern eine greifbare Kraft, die wir jederzeit in Anspruch nehmen können. Ob wir Heilung, Führung oder einfach nur die Wärme ihrer Liebe suchen, die Plejadier sind da und bereit, mit offenen Herzen zu antworten. Während wir durch diese transformativen Zeiten navigieren, ist es wichtig, sich an diese Verbindung zu erinnern. Die Energien des Universums verschieben sich, und wir sind aufgerufen, uns zu erheben. Bei diesem Aufstieg ist die Unterstützung der Plejadier ein Leuchtfeuer, das uns hilft, uns auf unser höchstes Potenzial auszurichten. Sie ermutigen uns, in unsere Macht zu vertrauen und unsere Rolle als Mitschöpfer einer neuen Realität anzunehmen. Ihre Liebe ist ein Katalysator, eine mächtige Kraft, die unsere Absichten und Handlungen verstärkt. Mit den Plejadiern an unserer Seite können wir uns jeder Herausforderung stellen, da wir wissen, dass wir von einer großen kosmischen Familie unterstützt werden. Ihre Anwesenheit ist eine Erinnerung an unser galaktisches Erbe, eine Lichtlinie, die uns mit den Sternen verbindet. Und so lasst uns, während wir diese Reise gemeinsam abschließen, an dem Wissen um ihre unerschütterliche Unterstützung festhalten. Lasst uns vorwärts gehen mit Herzen voller Liebe und einem Verstand, der offen ist für die unendlichen Möglichkeiten, die vor uns liegen. Die Plejadier sind mit uns, sie leiten und lieben uns bei jedem Schritt auf unserem Weg. In der Umarmung ihrer Liebe finden wir die Kraft, am hellsten zu strahlen, um die Leuchtfeuer des Lichts zu sein, die die Welt braucht. Gemeinsam mit den Plejadiern erschaffen wir eine neue Morgendämmerung, eine Zukunft voller Liebe, Licht und unendlichem Potenzial.